An der Fleischfront hat man hier deutlich weniger gegeizt, als bei dem Maggi einen Teller. Dafür aber eben auch mit 2,09 Euro. Okay. Sorry. Das hätte ich jetzt bei Mettre Korbel erwartet. Ist das eine Scheiße. Ah! Fuck! Das ist doch Scheiße. Ihr könnt doch so eine Kacke. Wieso kriegt ihr die einzige Ranzdose hier im ganzen Regal? Verdammte Hacke. Haben wir einen Dosenöffner, wäre jetzt ein ganz wichtiges Accessoire, was hier natürlich noch fehlt. Sonst kann diese Dose nicht mit ins Rennen gehen. Und was nicht ins Rennen geht, wird automatisch disqualifiziert. Das ist doch Scheiße. Ey, wirklich. Reißt dir der fucking Drecksnippel ab. Und es ist nicht mal ein Spalt, hat sich das Kackding geöffnet, dass man dran schnuppern könnte. Ähm. So. Komm, halt direkt so. Das hat gepiept. Leck mich am Damm, ey. So. Äh. Aua. Scheiße, jetzt habe ich auch nicht mal ein Mikrowellen geeignet. Das Geschirr hier. Aua. Ah. 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 Und das ist genau das, was ich meine. Fuck, ist das heiß. Jetzt. Mal nicht beim ersten Chili ausrasten, Colin. Ähm. Jetzt muss ich ihn mit schwererem Gerät. Das ist natürlich genau das, was man nicht will. Wenn du schon so da... Wir haben so scheiße. Wir haben echt so scheiße im Haus. Außer es sieht gut für die Kamera aus. Aber wenn ihr seht, wie ich leiden muss. Was ist das denn? Oh, der Tim hat da noch ein Alternativ. Fick dich, du freudigste Kackdose. Also, wenn das nicht die beste Kacke Chili. Das ist die Hölle. Sollte, ihr wisst auch, ne? Gute Produkte, da geht das zack, 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 zack. Oh, mein Scheißprodukten. Oh, ich hasse dich, Dose. Dose. Gott. Ein Feind mehr auf meiner Liste. Ja, es ist so ein Oldschool-Produkt. Aber ich bin fast einmal rum. Ich hoffe, ich habe jetzt schon... Das ist echt eine Scheißdose. Den können wir direkt in den Müll werfen. Mit den nicht Mikrowellen geeigneten... Ah. Da habe ich schon keinen Bock mehr. Können wir... Einfach aufhören. Ey, sorry. Diese Wand wird sowieso nie gefilmt. Ja, komm nachher. Wieso liegen da überhaupt Batterien? Wer hat da Batterien hingelegt? Was soll die Scheiße? Warum legt da jemand eine Batterie hin? Scheiße, es klappt doch nicht mal! Mann! Boah, wenn man doch alles gleichzeitig machen muss. Lieben Gruß von Daniel Spackert, soll ich dir sagen. Lieben Gruß von Daniel Spackert. Der guckt doch nie Moin Moin! Daniel Spackert, das tut mir leid. Ich werde dafür sorgen, dass andere Leute das wieder schön machen. Also, ich werde dafür sorgen, dass die Mona in die Möglichkeit haben. Du bist das eine...